Wenn du auch schon gewünscht hast, deine Verantwortung zu entfliehen, ganz, ganz weg von deinem Chef oder ganz, ganz weg von deinem Freund oder deinem Mann zu gehen oder einfach, einfach so wegzufliegen, dann ich habe die richtige Lösung für dich. Ich bin Raffaela und stolz präsentiere ich euch unsere neue Kreation, die Fly Away Wimpern. Was? Ja, Bitch, du hast richtig gehört. Diese Wimpern bestehen aus Einhornfedern. Aus Einhornfedern? Yes, Bitch, aber es gibt auch Vogel, die ein Horn haben. Ja, und wir haben die alle getötet für euch. Sorry, Vögel. Wie funktionieren diese Wimpern, sagt ihr? Guck mal. So, ihr Lieben, da haben wir sie. Yes, God. Ihr müsst nur die Augen hoch und runter bewegen und ihr seht, ihr fliegt da vorn. Und so. Oh, mein Gott, ich fliege. Diese Wimpern sind auch eine ganz, ganz gute Lösung, wenn ihr dann die Flugtickets nicht bezahlen möchtet, aber ihr trotzdem nach Malediven gehen möchtet. Wenn du dein Leben verändern möchtest, ruf an, es lohnt sich. Ich verspreche es. Ich verspreche es.